und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von den last of us wir haben ja hier neue freunde und unsere aufgabe ist ja jetzt in der nacht hier über die brücke zu kommen mal schauen wie gut das klappen wird mein bauchgefühl sagt mir dass das in chaos enden wird erstmal umschauen ja natürlich ist das die brücke wo wir rüber müssen ein bisschen zu viel grün alles klar nein moment mal erst mal gehe ich hier nach oben ist da irgendwas auf dem regal nein hätte ja sein können müssten wir dann die lichter ausmachen wenn logisch wärs okay er zückt schon mal die waffe ja wir schleichen uns an sie ran ich komme dir nach okay ich versuche warm zu bleiben wie sieht es da draußen aus wir haben infizierte erledigt keine spur von den eindringlingen glaubst du in der stadt ja die sind nach hier auch tatsächlich funktioniert moment mal erst mal umsehen warum warum sieht das hier alles gerade so komisch aus ich glaube Nvidia DLSS hat gerade so seine momente fuck da ist einer ja bitte komm hier rein komm hier rein sehr gut sehr gut Munition natürlich nix ähm 1 2 3 4 leute können wir irgendwie Lutzhof anfertigen ja bitte scheinwerfer ist jetzt dumm aber auch nix zum werfen mal schauen vielleicht kommt er auch rein ja er hat ihn gesehen sehr gut wir müssen den scheißerl finden weitersuchen komm jetzt rein komm rein ja trau dich komm mal schneller jetzt komm 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 kommt ja komm her komm her komm her scheiße er hat noch einen erwischt weiter suchen verdammt Lauf zu den Leichen. Yes. Fuck, der hat eine Schohlflinte. Hatte eine Schohlflinte. Okay, dann haben wir jetzt nur noch den Typen da oben. Okay. Ach, das bist du, okay. Wo ist er? Fuck, 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 fuck. Alter, kannst du mal, lieber Kollege, kannst du mal was, mal schießen hier bitte? Gebäude! Fuck! Ah, wie der einfach mal überhaupt keine Hilfe ist. Wo ist der? Da, dahinter. Komm her. Schau doch mal her. Komm. Henry, du musst aufpassen. Okay. Äh, warte mal, wir nehmen jetzt mal den hier. Komm, mal durchladen, bitte. Möchtest du noch mal kurz mit dem Kopf nach oben schauen? Komm jetzt. Was ist mit der KI los? Warum versteckt er sich jetzt da unten? Henry, du musst aufpassen. Ja, jetzt. Hör mal auf. Okay. Dann halt so. Nein. Ach, nicht tapp schon wieder. Komm, geh zurück. Da hinten. Ja, komm her. Komm, schau. Und das war Nummer zwei. Waren sie das jetzt? Geschafft. Ja, danke für deine Hilfe, ne? Wow. Das war sehr hilfreich, was du gemacht hast. Munition. Oh, ja. Dankeschön. James, lass mal ein Bild in Ruhe hier. Ach, hätte ich mir da das Licht ausmachen können. Okay. Ähm. Wirklich? Strict? Tor aufmachen? Ist das schlau? Okay. Bereit. Los. Los. What the fuck? Ähm. Ich glaube, ich muss mich mal kurz heilen. Einen Moment. Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben. Shit. Oh nein. Fuck. Erledigt. Okay. Dankeschön. Los, kommt schon. Wenigstens einmal die gute Sache. So, auf hier. Okay, schau mal nach. Alles klar. Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Ich weiß, die werden das Tor rauben, oder? Komm schon. Schneller, schneller. Lally, der hat dich. Ja, super. Ja, super. Was jetzt? Hey, jetzt. Was zum Teufel, Henry. Noch einmal. Und los. Wir bleiben zusammen. Äh, oja, und was soll ich jetzt machen? John, na los. Komm, 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 komm. Los, gleich, nicht vorbei. Wir machen weg. Alter, wach schneller. Fuck. Wir haben sie wohl gefunden. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. So eine Scheiße. Kann ich was herstellen? Naja, natürlich nicht. Komm jetzt. Na, siehst du deinen Kollegen? Ich wäre froh, wenn du ihn siehst. Doch. Hol ihn dir. Komm. Ja. Ja. Alter, komm. Komm, du siehst mich von hier nicht. Nein, hast du nicht. Kommst du jetzt auch her? Sind wir die Kollegen hier? Ja, brav machst du das. Oh. Ja, soviel zu gehen, ne. Wie wär's mit... Hey, hast du das gehört? Ich hab's gehört. Keine Ahnung. Ich seh nichts. Gut, weiter geht's. Ich glaub, die sind irgendwie stuck da hinten. Ja, die ziehen halt alle da auf mich. So eine Scheiße. Hey, hast du das auch gehört? Ich hab's gehört, ja. Ja, okay. Ich glaub, wir müssen schießen. Na? War der erledigt? Ja, sehr gut. Scheiße. Ah. Immerhin 10 Pillen. Willst du bei dir auch was Gutes? Ne, leider nicht. Okay, weg mit dem. Willkommens-Komitee oder ja oder nein? Fuck. Fuck. Glopp, 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 glopp. Fuck. Fuck, 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 was? Alter. Na, scheiße. Alter, nein. Ja, doch. Ja, sehr klar. Fuck, 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 fuck. Oh, scheiße. Au. Henry, er wacht auf. Hey, du. Wir leben. Okay, ich setze gerade rein und sie die Fresse. Was ist dein Problem, Mann? Henry, hey, hey, hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Okay, liebe Leute, an der Stelle muss ich mal ganz kurz eine Unterbrechung machen. Meine Katzen machen gerade Blödsinn in meinem Zimmer. Ich bin gleich wieder bei euch da. Und da bin ich auch schon wieder. Die Katzen wurden gebändigt. So. Dafür habe ich jetzt gerade ein anderes Problem. Äh, einen Moment bitte. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. So. Hoffentlich geht es jetzt gleich wieder. Traust du ihn? Ja, tu ich. Ja, wunderbar. Uh, altes Schiff. Ja, damit. Hey, vielleicht finden wir was in den Lohn da drüben. Ja, so ein alter Trawler. Ähm, ist die Frage hier. Wie kommen wir am besten... Ach, okay. Da. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, unten nach oben. Ja, dieses Schiff wird so schnell nicht mehr wieder schwimmen. Ah, Firefly. Mal wieder sein Anhänger. Komm ich hier wieder rauf? Yes. Lass mich raten. Ah, ne. Doch kein Messer. Ah, komm ich. Starlight. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Okay. Und, Zettel. Es sieht so aus, als wäre ich in dem Chaos und im Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zu sehen neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorrede mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann. Komm, mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Das kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, trete bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Nervte See flüchten ist natürlich gar nicht mehr so eine blöde Idee. Aber da ist natürlich ein Segelboot etwas besser, als wenn du da auf Diesel angewiesen bist. Naja, dann halt immer wieder mal zu Land. Und das Schiff intakt setzen. Und dann brauchst du natürlich irgendwas für die Wasseraufbehaltung. Fischen kannst du natürlich die ganze Zeit. Aber der Ansatz ist nicht schlecht. Ähm. Ich bleib bei meinem Mal. Aber die Munition nehm ich mit. Dir geht's nicht lang. Ja, dann... Bei dem Schiff ging's ja irgendwo nach oben. Wie sieht's denn aus mit der anderen Waffe? Drei Schuss, vier Schuss. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Oder sollen wir mal wirklich mit Pfeil und Bogen arbeiten? Und auf dem hier die Schrotflinte. Ja, geht auf. Und das dürfte das Skelett sein. Ähm. Ach nö. Müssen wir da jetzt wirklich rein? Aber der Boje kümmert doch auf der Seite einfach vorbei. Ich wette, das führt da ganz durch. Halle ist das so... Ist ganz ne schlechte Idee. Warum müssen die Händen immer die offensichtlich dürfen Sachen machen? Ich will den Lappen nicht ausmachen. Holan. Joel, wir sollten uns hier umsehen. Ja, das mache ich so ein bisschen. Ich gehe da anlaufen. Ja, sagt er ja. Aber der Boje konnte mir einfach vor Feig gehen. Ah, da sind die anderen. Na, ist zu. Ach komm, das könnte man jetzt aber wegdrücken. Okay, da kann jemand durch. Ähm. Zuerst mal die andere Seite. Hier lang. Da vorne scheint ein Weg zu sein. Gleich hier. Okay. Nehmen wir mit. Wir machen zuerst das andere. Ellie, magst du da mal durchkriechen? Weil eventuell haben wir da hinten Loot. Wenn du das aufkriegst, kriech dich durch und mach die Tür auf. Oh, ihr geht. Eine riesige Ratte. Wie man in diesen Zeiten vielleicht fangen sollte. Zum Grillen. Ja, das ist einfach mal weitergelaufen. Okay. Nein, nein. Deshalb muss ich mal einen Kaffee trinken. Dankeschön. So, warte, wir haben hier ein Klebeding. Oh, Explosivstoff ist voll. Ja, da machen wir auch noch mal eins. So, dann können wir das mitnehmen. Ähm, voll. Wieder was zum Lesen. Oh, 50 Werkzeug. Ey, das ist ich schon wieder. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, es gibt Infizierte und Nicht-Infizierte. Die, die dich töten wollen. Die Menschen sind wie ein Teil der Nahrungskette, Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanal-Mahlwurfmann. Wird schnell Glück. So, oh geil. 50 Tools. Das hat sich gelohnt. Ähm, von dem Ding. Wo brauche ich das? Was brauche ich bei dir? Machen wir noch so ein Medikit. Gut. Ab zu den anderen. Wobei, weißt du was? Hier unten ist eine Schrotflinte. Wenn wir Starker da sowas irgendwie sehen. Oh stimmt, der von Starker kommt ja auch bald ein neuer Teil raus. Bin schwer über überlegen, ob ich das zock. Irgendwie schön aus. Ach, das ist wieder so ein Schwimm-Ding. War ja klar. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Da ist ein Generator. Ich komme nicht an. Vielleicht geht es irgendwie dann. Ähm. Können wir da irgendwie rauf? Ja, ich weiß. Den habe ich gesehen. Aber ich kann da irgendwie nicht hochklettern. Jetzt komm, das müssen wir es doch schaffen. Ha. Da auch nicht. Da ist ein Auto. Oh, dann muss ich da vielleicht tauchen. Ich tauche mal. Ah. Wollen wir dann nach oben? Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Wo bist du mit? Ich nehme mich mal um. Bleibt wachsam. Ach, Mann. Ach, da oben. Okay. Komm. Ja, ich habe es doch gewusst. Goodies. Ach, wenn man möchte, glaube ich, kommt man auch hier irgendwie raus. Ich warte mal auf den Jumpscare. Tür. Ah, gibt es da hinten eine Überraschung? Fuck. Oh, scheiße. Gleich mehrere. Ja, komm her. Ja, ich bin noch ganz. Haben wir noch mehr? Ne, das scheint es gewesen zu sein. Bitte lass ich das Glut haben. Was haben wir hier? Ach, Mann. Oh, isch. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich. Ich weiß. Wir haben vor dir daraus getauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Was hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt? Aber was, wenn sie die anderen sind? Was wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine abgedäuschende Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir Gesellschaft leisten. Ah, solche Seid-Sachen, die finde ich immer ganz cool. Mal schauen, ob wir herausfinden, wie der es scannet hat. Da sind wir voll. Oh, ich bin wieder 25 von diesem Tools hier. Also bei der nächsten Werkbank gibt es ordentlich Upgrades. Okay. Dann schweißen wir das Teil mal da nach unten. Wollen wir da einfach runterjumpen? Nö. Aber da. So, da leh. Ähm, greifen wir alles Teil. Ja, ich spiele mal Wasser-Taxi. Na los, Halli. Na also, sehr schlau. Oh, ich würde sagen, wieder beim Wasserfall. Das ist ja, das meinte ich, dass das Teil wieder runtergeht. Was ist das? Ähm. Okay. Sag's lieber nicht laut. Ja, und ich? Hilft mir da jemand hoch? Ja, bitte. Komm. Ah, danke schön. Ich würde sagen, jetzt war ich beeindruckend. Ja, gut, ich hätte ihn wieder ausgemacht, aber okay. Moment. Yes. Ich habe noch so ein Upgrade-Werkzeug gekriegt. Stufe 3. Munition. Immer her damit. Also, DLSS kommt hier irgendwie mit der Dunkelheit nicht so ganz zurecht. Schaut immer wieder witzig aus. Oh, Mann. Wo, wo? Eine Akustikfall. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Ja, ich. Scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wichtig bitte lesen, sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreiben oder laut spielen. Ihr Versteckt, wenn ein Alarm losgeht. Nice. Schwatti. Mal schauen, was die dann so drauf hat, ne? Mal erst mal umsehen. Oh, nächste Notiz. Ah, nein. Das ist ein Upgrade. Was man noch sehr gut lesen kann. Bomben verbessert. Yes. Ja, schieß doch. Geil. Okay, ähm, ich denke mal, wir haben jetzt alles hier gelootet, was man so looten kann. Ja, hier ist auch nichts mehr. Gehen wir in die Richtung weiter. Gehen wir in die Richtung weiter. Oh, oh. Ach, muss das sein. Haben wir die schon auf dem Radar drauf? Ne, natürlich nicht. Ja, kommt her. Okay. Danke für die Hilfe. Oh ja. Ja. Ja, jetzt, wo du es gesagt hast, gibt es natürlich mehr von denen. Es ist jedes Mal so. Okay, vom Shorty. Ach, der Shorty klingt als Kleinwaffe. Okay. Warte mal, sechs haben wir da. Und bei der Schrotze haben wir auch sechs. Macht eigentlich Sinn, dass wir die beiden Munizurztypen ja nutzen. Dann sind ja Schrotflinden. Was bringt das eigentlich, die Schrotflint hier abzusingen? Ist dann einfach die Streuung viel höher? Ich bin einfach null Waffenexperte. Oh ja, Tür. Was? Ja. Sie mussten nicht leiden. Oh. Vergiftet. Ah, noch ein Zettel. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Oh, da geht es noch nach hinten. Schafe nach dem Fuß auch nicht mehr Schaden als Stumpfe. Du hast aber nur drei Treffer. Das, was ich habe, ist halt leider wesentlich besser. Okay, raus hier. Habt ihr was gefunden? Naja. Zwei Ratten. Naja, da kommen wir bestimmt nicht rein. Naja. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ähm, da ist offen. Hat das einen Grund? Und da ist dann vermutlich zu, oder? Oh, scheiße. Weg da! Weg da! Sam! Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja. Ich weiß nicht. Weg da! Was? Nee, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg! Verschwindet! Sam! Du bleibst bei ihm! Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Wäre ja auch zeitifach gewesen, ne? So, wir machen erstmal Spielzeug. Wo ist jetzt hier? Ja, natürlich sehe ich euch nicht. Fuck! Das ist mir, das ist scheiße. Giga da. Ah. Okay, Anspannung. Immerhin Munition. Na, ihr Stalker? Ähm. Hauen wir mal so. Ich trau mich jetzt halt nicht weiter raus zu gehen. Bin ein bisschen erschischen. Die sind da hinten. Ich könnte natürlich das doch hier probieren. Na? Ich meinte, da rechts ist noch einer. Und da hinten. Yes. Noch mehr? Nur zur Sicherheit. Alter, den hat's ja voll zerfetzt. Da ist noch einer. Okay. Nagelbombe. Hotpombe. Oh, okay. Einer noch. Wannst du das jetzt? Danke. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Äh, da hinten ist mein Nagelding. Da laufe ich erstmal nicht hin. Äh, haben wir hier was tolles? Und sorry fürs Handy. Ach nee, da ist mein Nagelding. Puh. Anspannung. Wie weitläufig. Ähm, ne, da tauscht. Ja, da waren doch ein paar. Sieht so aus. 20, 30? Sogar mit Duschen. Ah, okay. Das war irgendwie eine Wasserabteilung hier. Oder das ist die Aufarbeitung davon. Und das ist so der Kinderbereich. Wie in der Schule? Mach schon. Warum hat es sie erwischt? Äh. 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 Dankeschön. Na, bitte. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, mal durchladen. Ist das Ellie? Na los. Ist jetzt jeder da? Jo, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang. Da drüben. Sam. Schnell. Es sind viele, viele. Okay. Das glaube ich werde nicht lange halten. Wir müssen jetzt zusammenversuchen. Sam! Er ist durchgekrochen. Was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus. Na dann beeil dich. Okay. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Na los. Schnell weg hier. Ähm. Ja, okay. Jetzt haben wir erstmal safe hier. Okay, die Musik ist auch nicht voll am Abgehen. Oh, warte. Ja, gib her. Munition. Und Bombe. Das Ding klemmt! Hier ist mir hoch. Ich kann durch das Fenster. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Mach doch einfach die Tür auf. Ja, das war so klar. Achtung! Mist. Dann mal los. Na, kommt's. Hochladen. Ja dann. Mann. Mach los. Los, los. Okay. Okay, 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 okay. Ja, Gott sei Dank. Ich hab ja gesagt, bei der Einbrühe vorbeigehen. Nicht da unten rein. Oh, Mann. Ich glaub, gut ist. Keine gut ist. Schauerlich. Mach ich den Koffer da? Doch, da gibt's. Zehn! Alter, wie viel Werkzeug hab ich denn jetzt dann hier? Ah, nicht Werkzeug. Tools halt und so. Okay. War ein spannender Abschnitt. Und liebe Leute, wir sind mal wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Wenn's euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Bleibt's gesund und bis bald. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.